Was willst du aus deinem Leben machen? Du kannst nicht immer nur kickern. Das ist ein Albtraum. Ich muss nur aufwachen, dann ist alles wieder gut. Mit dem Kaffee, mit meinem Kickertisch. Joachim, mein Freund. Tada! Wie geht's so? Basti, bist du das? Klaro, ich bitte dich, wer denn sonst? Ungeschlagen in 3724 Spielen Seite an Seite. Wieso machst du so ein langes Gesicht? Wir sind unbesiegbar. Suchen wir die Jungs, auf die ist Verlass. Und wo? Keine Ahnung. Ich fordere dich zu einem echten Fußballspiel heraus. Wenn Joachim gewinnt, gibst du uns unsere Stadt zu. Kein Fehler, Schätzchen! Mit den Stimmen von Matze Kno. Die gehört natürlich nichts in die Tore. Vertrau mir. Was, die da? Keine Ahnung, aber das machen doch alle, also muss das helfen. Der Familienspaß für die ganze Nation. Wenn ihr tief in eure Herzen schaut, werdet ihr feststellen, dass wir alle in einem Boot sitzen. Verbunden durch Freundschaft. Verbunden durch Leidenschaft. Und durch eine Eisenstange. Roulet, Kartoffeln mit Püree, hey! Und Annahme direkt verwandelt. Latte, das gibt's doch gar nicht. Das war eine hundertprozentige Chance. Der wäre eigentlich unhaltbar gewesen. Noch haben die uns nicht geschlagen. Wir haben noch nicht mal richtig angefangen. Demnächst in deinem Kino.